herzlich willkommen zurück hier beim holzfäller simulator 2019 ich habe hier ganz viel holz gesammelt was wir natürlich so nicht nehmen können weil es mal klein machen müssen so machen was mal kleiner was jetzt nehmen ja wir sammeln hier ganz viel holz ein weil man kann holz wahrscheinlich für viele sachen gebrauchen wie hat es auch im realen ist wir müssen noch kleine hauen können wir den schon denken wir schon den auch auch den auch guck mal den noch nicht muss man noch ein bisschen kleiner machen hier freunde ein bisschen tiefer so ja wir spielen sie kjub oder sie jub was mittlerweile ganz viele updates gekriegt hat ganz ganz viele und ich habe beim letzten mal eine folge gemacht wo natürlich sehr viele störungen im spiel waren was ich eigentlich nicht wollte regen war zack gibt es nicht was schöneres an so einem herrlichen tag die vögel fliegen wir sammeln holz ich würde sagen wir müssen mal da müssen wir noch ein bisschen hallo warum geht der nicht den können wir aber nicht ne ne da müssen wir noch ein bisschen kleiner machen hat wird den auch noch mal kleiner dann können wir den auch nehmen ist ja klar wir haben riesen stamm den kriegen wir ja nirgends wohin um den einzusammeln muss dann natürlich ein bisschen kleiner gemacht werden aber zu viel sollten wir jetzt auch nicht nehmen weil ich sehe doch nicht alles zu verschwinden hier ist ja noch so viel zeugs hier kann man ja alles noch gebrauchen irgendwie so freundin so nehmen wir das auch noch dann nehmen wir mal mit hier wollen wir auch noch was nehmen mach das mal hier auch eben klein ich sag ja der holz simulator 2019 das sammeln wir mal eben ein einmal zweimal dreimal viermal fünfmal hier müssen wir ein bisschen aufpassen zwei zwei drei vier huch und wo es gerade noch so schön war ist jetzt schon wieder am regnen ganz geil so aber ein bisschen aufgeräumt hier unten ist noch eine kleine höhle können wir mal so eine höhle erkunden pass mal auf wir machen auch folgendes können wir da oben rauf gekommen jetzt gehen wir hier runter wer weiß was wir in so einer höhle finden guck mal hier kann man überall noch viel tiefer runter gehen guck mal wie tief ich weiß ja gar nicht ob da böse gibt ganz schön tief sind wir freunde hier schon ein bisschen bedrückend also wer hier platzangst oder sowas hat er ist glaube ich hier nicht gut aufgehoben aber wie tief wir hier kommen meine güte heidenei gehe hier einfach mal durch hier geht es noch weiter jetzt haben wir keine dichter mehr haha jetzt sind wir hoffnungslos verloren mal gucken hier war irgendwo noch der auf dem stick ne ja zack 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 warum sie die blöcke so groß verstehe ich jetzt nicht wir brauchen ja wenn ich jetzt eine fackel herstellen möchten crafting rezept hier sagen wir mal eine gelbe gelb ist mal höher brauchen wir kohle und zwei holzer passt doch aber ich brauche noch kohle kohle brauche ich 1 wir machen mal zwei fackeln ich glaube nicht dass nur zwei fackeln sind oder haben wir schon mal eine ich glaube ich dass das nur eine ist so habe ich dir nicht ausgewählt nein eigentlich hatte ich die ausgewählt acht stück haben wir jetzt wieder aha da sind sie dann müssen wir hier oben drauf weil unten ist auch drunter gefallen nehmen wir natürlich auch noch mit klar uns alle wat meine gute wie tief geht das denn hier runter höre durch das mal an hier ist auch noch holz nämlich auch noch mit ah guck mal das ist glaube ich eisen können wir auch abbauen aber ich glaube da müssen wir eine andere moment ist mir da eine andere ne kommen wir dauert nur lange stehe ich so genauso dazwischen hier heide nein das ist schon sport oh guck mal was ist das wir schlagen den welt meine bitte wenn ich bis nach oben will er ist nein denn will ich man muss also wirklich die hände hier festhalten umschlossen halten damit er den die hacke nicht loslässt so haben wir auch wieder ein an den an den schepperungen grenzen machen den auch mal kaputt also ihr habt eine menge zu tun wenn ihr hier alles abbauen wollt aber wenn ihr erweiterte axt hat hättet dann braucht das 23 schläge dann habt ihr die dinger kaputt das geht also unsagbar schnell ach guck mal zack 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 und der nehmen wir auch noch zack kann man das nicht ach so da müssen wir den steiner drunter immer abhauen aber ist ja egal wir können uns ja ein paar fackeln machen warte mal was ist das hier ich habe so eine befürchtung ich glaube wir brauchen ganz viel eisen weil dann gibt es die erweiterten ich weiß auch gar nicht ob wir erst das rezept finden müssen dafür oder ob wir auch schon die so herstellen können das können wir mal probieren so pass mal auf wir probieren das mal stehe gerade so günstig wir nehmen mal 12 haben wir gesagt wo haben wir weit ne eisen magic christus ach das ist was anderes okay okay das ist was ganz anderes magic christus ist das der hier dass wir eine andere farbe kriegen 20 prozent kommen wir nicht 2020 keine ahnung was wir damit machen müssen ich würde sagen wir gehen erst mal wieder nach oben ach guck mal hier haben wir doch die die axt äh die können wir die eigentlich stehe ich gar nicht können die hoch nehmen ach so warte mal ich habe die idee so jetzt haben wir sie wieder im inventar was okay so leichte shader problem hat er hier habt ihr gemerkt wir gehen mal nach oben so wie lange wir hier brauchen bis wir hier raus sind irre krass also dran merken oh es ist nacht ja aber wenn nacht ist sehen wir vielleicht besser unsere rezepte müssen natürlich aufpassen dass wir nirgendwo in diese höhlen fallen und ich möchte mal hier so ein bisschen rum gucken ja wahrscheinlich werden wir diesen ort erstmal soweit nicht wieder finden weil das hier alles sehr ähnlich aussieht ich gucke mich mal um ob ich hier irgendwo ein rezept finde und wenn ich habe auch eine karte eigentlich habe ich auch eine karte hier stand da ich eine von map die lindel im telekinese bucket rap item place mode nö while left finger index straight to the left telekinese touchpad click kann man halt umschalten aber hier steht ach so warte es geht ja noch gehen da nicht noch weiter ne da war gerade was anders ach das war die settings ok ok dann gucken wir uns mal um es wird auch schon wieder ein schöner tag und ihr könnt ja mal mit gucken hier es gibt auch berglandschaften mit schnee und sowas alles also wir sind hier die haben so viel biome dazu gepackt echt irre wenn dann die rezepte überall verteilt sind dann bist du am suchen wie blöd ganz ehrlich auch mal hier diese seid mir nicht böse aber sieht schön aus und roter habe ich auch noch nicht ne hab ich auch noch nicht hi hey warte mal darf ich dich mal so streichen ok hat ein bisschen angst vor mir dann lassen wir dich in ruhe er weiß dass wir einen bogen haben sowas hier und wenn ich dann den pfeil anlege so das mag er nicht aber bei dem geweih kann ich mir das schon vorstellen wo ist der pfeil jetzt hingeflogen ein hasen können wir auch aber ich glaube dann würden uns die ganzen hasen verfluchen wir gehen mal hier hoch und was wir da oben sehen also diese crafting rezepte die sind hier überall verteilt die findet man nicht einfach so die müsste wirklich absuchen und gucken das war vorhin einen gefunden haben ist schon eigentlich tricky beziehungsweise glück dahin dahinten ist auch wieder eine höhle da ist eine höhle die sonneneffekte sind ja krass immer auf den höchsten berg da vorne auch guck mal da oben krass da liegt was glaube ich seht ihr das da da auch ha ha pass mal auf das sieht man immer besser von oben ne so hier haben wir was eine wand ist das eine wand irgendwas ist das es wird auf jeden fall weg spawnen das können wir wieder fallen lassen das haben wir jetzt in unserem inventar das löst sich jetzt auf warte mal wir nehmen also bevor wir den nicht mehr sehen den anderen hier da warum warum ich sag nach vorne und er sagt nach hinten nein geht doch nicht vorsichtig nach unten beugen das ist eine kiste oder was was ist das eine kiste oder ein holzflock oder keine ahnung müssen wir gleich mal im inventar gucken also wenn man von oben guckt dann findet man die sachen so guck mal in der kiste in unserem invent inventar beim crafting rezept so guck mal unten da scaffolding so eine block so kiste oder sowas und eine wand krass können wir jetzt hütten bauen oder was hammer ok ich würde sagen wir gehen mal wieder nach oben und da sieht man irgendwie mehr so bis bisschen mehr ach da hinten ist licht was haha ich habe damals gesehen coole muhle ja die rocklady kommt schon so hoch haben wir hier sieht aus wie ein bild wahrscheinlich zur einrichtung über bilder machen kann das sein picture frame kappa kappa ist kupfer können wir kupfer stiche machen wer sieht er da drüben da ist es da aber dann bild aber ein bild aber nicht in kupfer wahrscheinlich in mann anderem das holz bilder aus holz das brauchen wir denn da oben mal können wir holzbilder holz rahmen machen da liegt auch wieder was haha ja ihr müsst euch einfach nur umgucken eine andere fackel wieder eine fackel wahrscheinlich an unterschiedlichen stellen habt ihr bessere fackeln farben ihr dann benutzen könnt ich gucke mich mal hier so ein bisschen um hallo hirsch oder elsch oder ich weiß nicht mehr elsch nicht aber hier 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 also in den höhlen findet ihr die nicht das wäre ein bisschen unfair aber jetzt guckt euch mal diese ebene hier an da 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 irre groß jetzt sagt mir wir sollen die höhle wo wir gerade unsere 100 dinger da gefunden haben wieder finden das sagt mir mal sagt mir mal wo wir da jetzt hin müssen unglaublich oder da müssten wir erstmal eine straße bauen ich komme mir vor wie im südwesten im amerika weite so weit das auge reicht und hier müssen wir jetzt eine landschaft bauen oder ein haus oder straße aber erstmal brauchen wir rezepte weil ich weiß ja gar nicht ach so ich wollte gucken ob ich das machen kann mit den kupfern das war ja kein kein eisen ja wir könnten natürlich da wieder hätten dann natürlich noch ein bisschen weiter suchen müssen aber es bringt uns nicht viel wir müssen ja die rezepte auch haben ich weiß ja gar nicht mittlerweile was alles möglich ist da liegt wird schon gesichtet alle das ist das hinterteil von dem von dem elch oder von dem hirsch 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 so hier einfach mal schnell schrittes ich weiß es ein bisschen doof für euch aber ihr könnt die welt mit mir entdecken habt da hat doch was hier sind auch wieder ganz andere bäume ich will jetzt eigentlich zu bäumen viele bäume weil wir haben viele bäume ich gehe mal wieder zurück was kommt euch das machen da geht es runter also so einfach rennen ist ja auch nicht nur müsste ein bisschen aufpassen besten ist natürlich immer ja gut es gibt auch noch andere gegenden vielleicht kann man auch irgendwann kompass erstellen und ich meine hier war eine karte aber ich habe jetzt in der anleitung keine gesehen und da hinten so grün nicht seht ihr das guck mich hier einfach um ach so wenn ihr probleme mit motion sickness habt oder so ne wenn ihr sowas macht hier ne einfach mal die füße dabei bewegen als wenn ihr lauft das habe ich am anfang gemacht da war mir dann manchmal auch ein bisschen seltsam mittlerweile habe ich mich glaube ich komplett daran gewöhnt auch mal hier da könnt ihr auf freunde da könnt ihr auf könnt überall auf eigentlich anfang waren die biome noch nicht so groß aber jetzt muss ich sagen ich bin ja hier kilometerweise unterwegs warte mal vielleicht finde ich ja meine stelle doch wieder weil das war ja vor seiner wand hier wäre lustig muss man hier in schipperung ganz ein bisschen mich bewegen hey freunde buch einmal drehen so was ist hier los bin ich so weit weg dass sie mich nicht erkennen was gar nicht wo ich mich hier befinde oh ja oh ja bin so weit weg das da ist schon gewundert moment stopp wo sind die berge da sind die berge ja ah nee das war es nicht wir hatten eine höhle da hatten wir auch ein äh dingen reingesetzt ne so ein ach guck mal kompass oh wie geil wir können kompass machen dann können wir die richtung sogar das ist mal praktisch freunde sag ich gerade noch habe ich das nicht noch gesagt wenn wir mal um kompass hier was brauchen wir dafür äh was bist du goldnuggets scheiße okay dann mit dem kompass das wird noch eine ganze zeit dauern gold stark aber wo ist jetzt die höhle die wir vorhin hatten wird irgendwo hier sein das war ja von diesem berg massiv hier oder war das dahinter noch ich weiß gar nicht mal hier nochmal hier sieht das doch so hell aus aber hier ist es nicht oder so so schimmert ne die was ist mit der hier auch nicht auch nicht bevor ich mich hier in so so dunkle ecken begebe hallo hier kannst du mir sagen wo meine höhle war wo ich gerade drin war wird schon wieder dunkel kann natürlich sein dass wir auch auf der anderen seite von diesem berg ne wir waren hier ich geh mal hier nach oben vielleicht liegt hier noch irgendwo ein rezept vielleicht war die höhle auch hier irgendwo so einfach kommen wir jetzt auch nicht mehr hier weiter hoch so ihr könnt da überall hoch so zu info Tuch. Wieder eine Höhle. Shit. So. Ja, ihr müsst wirklich aufpassen. Die sind hier einfach da irgendwo. Warte mal, was war denn? Oder war das hier irgendwo? Äh. Jetzt guckt euch mal diese Nordlichter an. Wahnsinn. Aber eigentlich müsste man doch nachts die Rezepte best... Was sag ich? Hab ich da eins gesehen? Hab ich da eins gesehen? Jawohl. Eine rote Fackel. Sehr schön. Zack. Oh, ey. Leute, sagt mir mal, wo jetzt hier... Ist ja verrückt, oder? Sag mir mal, wo meine Höhle war. Da waren so schöne Sachen schon drin. Vielleicht hätten wir da auch Gold gefunden. Die ging ja sowas von tief runter. Ohne großartig was zu machen. Oh, guck mal. Cool. So cool. Ich guck schon. Halt schon. Auch schon nach Rezepten. Weil man die bestimmt nachts viel besser sehen kann. Huch. Ah. Ein Stuhl. Ha. Ein Stuhl zum Hinsetzen. Auch cool. Oh, da liegt auch wieder was. Man muss nur drauf achten. Dann findet man die. Auch ganz einfach. Ah. Das sieht aus wie eine Eisenachst. Oder sowas. Wartet mal. Crafting Rezepte. Da. Eine Kupferaxt. Da müssten wir aber erst mal Kupfer haben. Finden wir in den Höhlen. Richtig. Da ist auch wieder ein Rezept. Cool. Jetzt geht das hier ab. Ein Bild in Gold. Gold. Oder was ist das? Silber. Oder ich weiß nicht. Ich neugierig bin. Kupfer. Gold. Mit Goldrahmen. Oh. Ist das so aussieht? Als wenn es da unten hell ist. Ja. Ich will aber noch nicht so. Ich will noch nicht so. Ich sag mir immer. Vielleicht finde ich noch eine bessere Stelle. Oh ja. Die Frage ist. War mir hier schon. Ganz natürlich hier. Total weit. Warte mal. Da ist auch in einem Berg massiv. Haha. Und überall Höhlen. Jede Menge Höhlen. Wo man meint. Man kann da rein. Beziehungsweise. Oh. Guckt euch das an. Oder ganz oben. Da halte ich wieder ein Rezept. Cool. Was gibt's diesmal? Ach. Eine Schaufel. Ist das eine Schaufel? Ja. Eine Schaufel. Krass. Eine Schaufel. Krass. Kenne ich auch noch nicht. Ich kannte bisher nur den Hammer und die, äh... Axt. Ach du Scheiße. Na klar. Denkst nichts Böses, fängst an zu regnen. Typisch für unsere Jahreszeit der Zeit, ne? Geh mal wieder zurück, weil irgendwo muss das ja eine Höhle geben, ne? Cool. Einfach nur cool. Ansonsten würde ich sagen, machen wir uns gleich mal auf in irgendeine Höhle und suchen einfach mal. Können ja hier nochmal... Ich meine, er war auf jeden Fall auf der anderen Seite. Halt nochmal ausschauen, noch ein paar Crafting-Rezepten. Cool. Boah. Bestimmt, ein Baum. Ja, das ist irgendwie lustig, ne? Obwohl ihr, äh... Sag ich mal, die Bäume schlagen könnt, könnt ihr einfach so durch sie durchlaufen. In dem Fall... Man wäre ja auch blöd, wenn man immer irgendwo anecken würde, hier so. Njong. Also. Vielleicht hätte ich da mal ein paar Bäume liegen lassen sollen und nicht so ordentlich wegräumen sollen. Hm. Ja, die Frage ist, wo war das, ne? Finde ich das jemals wieder, die Stelle? Wir sind ja so viel rauf und runter gelaufen. Ich glaub' da nicht dran. Ganz ehrlich, ich glaub' da nicht dran. Mäh. Das Ding noch mal wieder zu finden, diese Höhle, die wir vorhin hatten. Hätte ich, glaub' ich, ein Licht vorne machen müssen und nicht hinten. Ah. Näh. Ich meine, das war ja hier so verwurschtet. Aber. Hier sind ganz viele Höhlen. Ah. Ich glaub' da nicht. Okay. Dann machen wir das mal anders. Damit wir die weiter schneller finden. Mach' ich mal eine. Hier oben drauf. Oh. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Ich nehm' mal noch ein bisschen, äh. Von dem mit. Von der Kohle. Für Fackeln. Brauchen wir ja jede Menge. Aber wir brauchen auch Holz. Aber wir haben ja erst mal ein bisschen Holz. So. Dann können wir erst mal die Kohle einsammeln. Okay. Alles da rein. Ach, sie fangen an. Ah, okay. Ah, verstehe. Erstmal nur Kohle. Okay. Braucht man gar nicht aufheben. Okay. Die werden da reingesaugt. Das ist neu. Das war das nämlich, was ich gesehen hatte. Das ist ja. Jupp. Spart man sich ein bisschen Arbeit. Äh. Ein bisschen Arbeit. Erstmal den hier weg. Ja. Und dann den. Steine brauchen wir ja auch. So. Zack. So. Dann gehen wir mal nach unten. Oh. Das geht so tief runter, ne? Krass, oder? Mein Kohle finden wir da unten ja ohne Ende. Und hier so komische Materialien. Warte mal. Ich kann noch die Fackel auch. Ach, guck mal. Wir haben mal noch ein paar sehen. Zack. Die Fackel nicht. Ne, kann ich nicht. Scheiße. Scheiße. Äh. Oh. Hallo? Hallo? Ja. Ach, mal wie tief das hier geht, ey. Und irgendwo hier unten muss ja auch Gold sein, ne? Boah. Freunde. Wir haben keine Fackeln mehr. Wir müssen Fackeln bauen. Holz. Holz haben wir genug. Zwei. Machen wir mal. Machen wir mal. Vier. Dann haben wir 16 oder so. Und dann kommen. Kohle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Den, 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 zack. Das wäre ja gleich alles einsam. Oh. Den. Den, den, zack. Und den, den, zack. Dann unseren Eimer hier. Jum. Jum. Okay. Dann haben wir da Fackeln. Sollen wir mal noch tiefer reingehen hier in den Berg. Alle, jeder, nein. Ach, du Scheiße. Wie tief geht das denn noch hier? Sind wir jetzt unten? Ach, du Scheiße. Was? Ach, du heiliger Scheiß. Ha! Okay, Freunde. Hier haben wir was. Mach mal hier ein bisschen. Das sieht aus wie Kupfer, Freunde. Guck mal. Das heißt, wir können uns eine neue Axt bauen. Oh ja, das sieht gut aus. Guck mal mal, was wir da haben. Hat er gerade angezeigt, ne? Äh, wo ist denn mein Inventory? Die? Kupfer. Ein Kupfer-Nugget. Guck mal nach der Kupfer-Axt. Da bräuchten wir zwei Nuggets und vier Holz. Mal gucken. Weil, dann geht das Abbauen auf jeden Fall viel, viel schneller. Ah, nicht verkehrt. Hm. Wir nehmen mal Holz. Eins. Zwei. Drei. Und, äh, Moment, Stopp. Stopp, das ist eine Axt. Die Axt wird mit Vieren gemacht. Wir können wahrscheinlich aber auch eine, so was machen. Moment. Ja, die hat vier im Stil. Und der Hammer hat drei im Stil. Und drei oben drüber. Das heißt, dann brauchen wir drei davon. Das ist schon mal gut. Man kriegt hier auf jeden Fall mehr Kupfer raus, als ein. Das heißt, drei müsste man dann davon haben und drei Kupfer. Schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn das auch ohne Rezept gehen würde. Inventory. Inventory. Eins. Zwei. Drei. So, genau. Hey. Hey, hey, hey. Oh. 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 Drei. Drei. Äh. Eins. Zwei. Oh, das wäre so cool. Und? Nichts passiert. Ist doch drei Holz, drei Kupfer. Mich da jetzt irgendwie vertan. Drei Holz, drei Kupfer. Hm. Wahrscheinlich ist das wirklich so. Wahrscheinlich ist es wirklich so, weil wir den noch nicht haben. Geht das nicht. Weil er zeigt nichts an. Nur dann alles einzeln nehmen. Zack. Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen hämmern. Wäre natürlich besser, wenn, äh, das gehen würde. Glaub, man kann auch Schilder und sowas hämmern. Na? Oh, da ist noch mehr. Was ist da denn noch? Gucken wir mal eben. Steine. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen, vielleicht für ein Haus zu bauen. Das sind doch wieder diese Magic-Dingale. Kann das sein. Gucken wir mal, was wir da haben. Na, ich hab's nicht festgehalten. Und? So. Schlagen den mal hier. Geht der gar nicht kaputt? Meine Güte, boah. Was ist das denn für ein Material? Zack, zack, zack. Ja, Kupfer, jede Menge hier. Zack. Ja, jede Menge Kupfer hier. Aber er geht noch weiter runter. Scheiße. Ah! Verdammt. Was finden wir denn da ganz unten? Meine Güte. Ach du Scheiße. Wie tief müssen wir denn da darunter? Heidenei. Wir bauen mal Wir bauen mal ein paar Lampen. Vier, fünf, sechs, so. Eins, zwei, drei. Heidenei, ey. Boah, ist das geil. Ich mein, äh, so in Höhlen rumzulaufen, ist ja nicht, ist ja nicht jedermanns Sache. Wenn man klaustrophobisch eingestellt ist, hallo? Wenn man klaustrophobisch eingestellt ist, dann funktioniert er natürlich nicht. Ach, muss ich erst wieder? Nö, haben wir doch hier drin. Ah. Heidenei. Was? Kohle? Kohle, ne? So tief. Da ist was. Haha. Irgendwas ist hier. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden es gleich rauskriegen. Oh. Was wird das sein, Freunde? Gucken mal. Was haben wir hier? Marmor? Was ist das? Eisen. Wir haben Eisen gekriegt. So tief. Krass. Also in dieser Höhle gibt es wirklich alles. Oh, warte mal. Äh. Äh. Versuch gleich mal ne Eisen-Dinges zu machen. Deswegen ist es funktioniert. So. Versuch mal ne Eisen-Schaufel zu machen. Ach, ne Schaufel Hacks zu machen. Und zwar brauchen wir dafür Inventory Einmal Eisen. Zweimal Eisen. Dreimal Eisen. Und natürlich Neuer Versuch. Kann natürlich aus... Aber der war doch ein Nugget, ne? Einmal. Das geht. Haben wir schon mal... Wir haben kein Rezept dafür. Wir haben kein Rezept. Deshalb geht das noch nicht. Ich meine, ist ja auch normal. Wenn wir dumm sind Und das nicht wissen. Aber wir sind ja eigentlich... Man müsste uns doch die Möglichkeit geben, Dass wir auch... Schlau sein können. So, wir gehen mal weiter. Äh. Shit. Oh! Kupfer? Ich hab gedacht, Gold. Meine, mir wird ne Höhle. Da unten blinkt wat. Hallo? Da blinkt doch wat. Da hat grad was geblinkt. Habt ihr das gesehen? Ach, wieder keine. Keine Fackeln mehr. Man muss hier immer Fackeln bauen. Haben wir eins, zwei, drei Und vier. Komm erstmal wieder hin, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ein bisschen tiefer gehen. Eins, zwei. Hoch. Hoch. Ja, hoch. Muss man selber trotzdem. Eins. Zwei. Zack. Und... Ach, komm her. Drei. So. Und... Haben wir da ein paar Fackeln gebaut. Jawohl. Zack, 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 zack. Zack. Können wir uns das hier mal angucken. Hm. Ich bin ja noch auf der Suche nach Gold. Kohle. Jede Menge Kohle. Scheiße. Uah. Ah! Verdammt. Verdammt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich aber ziemlich tief runter gesegelt. Komme ich hier überhaupt wieder hoch? Oh. Was ist das eigentlich hier? Kupfer? Oder... Wollen wir doch einmal hier weg. Ach. Eisen? Gucken wir mal. Äh. Hä? Müssen die festhalten? Dürfen die nicht loslassen? Wie tief das hier runter geht? Äh. Feideleu. Ne. Das haben wir glaube ich schon. Hoho. Halt die Luft an, ey. Super. Was meinst du? Ne kleine Treppe hier bauen, ey. Sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Boah. Scheiße. Aber wir müssen hier runter. Ach du heiliger Strohsack. Hopp. Hopp. Wie tief. Kein Mensch weiß, wie tief das hier geht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Und von unten hier ist Kupfer. Ah. Okay. Kein Gold. Kein Gold. Es sei denn, das ist Gold. Gucken wir mal. Ne. Oder? Gucken wir mal. Hallo? Inventory. Kupfer. Alles Kupfer. Kein Gold, Freunde. Und das auch Kupfer. Au. Oh Gott. Na, Kohle brauchen wir auch immer wieder. Das Schöne ist an Kohle. Da braucht er nur einen aufzuschlagen hier. Und kriegt sofort drei Brocken. Und mit den drei Brocken könnt ihr ja dann dementsprechend auch Fackeln ohne Ende machen. Hm. Das ist doch kein Gold, ne? Alles Kupfer. Gold ist ja gelb. Ach. Hm. Alles Kupfer. Alles. Und das sieht aber gleich aus. Hallo, Belli, ey. Aber da geht's schon wieder hoch. Hm. Mal gucken, dass wir hier überhaupt wieder hochkommen. Hm. Zack. So, erstmal kleine Treppen hier bauen, ne? Ah, hier glaub ich, waren wir schon, ne? Huch. Ich glaub, hier waren wir schon, Freunde. Ja. Ja. Schöne Höhle, ja. Gibt's einiges zu entdecken, würde ich sagen. Wir haben Kupfer, wir haben Eisen, wir haben jede Menge. Boah. Mal wie tief wir hier unten sind, ey. Krass. Krass. Äh. Meine. Hörte gar nicht mehr auf hier. Ich komme höher, ja? Ah. Geht's raus. Meine Güte, ey. Was eine Kletteraktion, ne? Ha. Wahnsinn. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir machen das hier, äh, mit Fackeln. So ein bisschen umringen. Dann kann man das nachts auch ganz gut erkennen. Und wir haxeln hier noch ein paar Bäume ab, würde ich sagen. Warum habe ich keine Ahnung? Okay. Ach, fall doch endlich, Baum. Das ist richtig schweißtreibend. Und ich weiß, wenn du dann... Ich habe ja schon die früheren Versionen gespielt. Ach Gott. Dann muss da nicht mehr so oft rein, Herr Mann. Weil natürlich jetzt wieder unlogisch ist, weil wir jetzt hier... Ah, okay. Kann man das hier... Was? Achso. Da ist das Holz hingefallen. Ja, Freunde, ich würde sagen, äh, für so einen ersten Eindruck, den habt ihr jetzt gekriegt. Einen großen ersten Eindruck mit vielen Höhlen. Ja, und dann sage ich erst mal, bis zum nächsten Mal. Und damit, ciao! Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020